In der Folge kommt es zum Kampf gegen die Besatzer im Westen, denn gerade im Westen liegen die Gebiete, die dieser Nationalrat befreien wollte von der Fremdherrschaft. Und dieser Kampf wird geführt von nationalen Kräften, das sind unter anderem desertierte Offiziere, also Teile der Osmanischen Armee, das sind auch noch Jungtürken, also ehemalige Jungtürken und Freiwillige. Und diese verbinden sich jetzt mit einer türkischen Armee und die zusammen kämpfen jetzt gegen die Besatzer und vor allen Dingen gegen die griechischen Besatzer, denn die Griechen hatten ja noch Izmir in ihrer Hand und das war eines der Dornen im Auge dieser Befreiungsbewegung und so kommt es dann letztendlich zum griechisch-türkischen Krieg, der von 1919 bis 1922 ausgefochten werden sollte. Griechenland wurde dabei unterstützt von Großbritannien, aber man wird relativ bald feststellen, zumindest 1921 spätestens, dass die Türken hier in der besseren Lage sind. Sowohl die erste Schlacht von Inönü am 10. Januar 1921 als auch die zweite Schlacht von Inönü gehen an die Türken und auch die Schlacht am Sakaya im August, September 1921 gewinnen die Türken und das war jetzt schon ganz wichtig, um die Besatzer zurückzuschlagen. Die ziehen sich zurück und letztendlich erobern die Truppen von Mustafa Kemal auch Izmir. Das wird bei den Griechen noch heute als kleinasiatische Katastrophe bezeichnet, war aber für diese Befreiungsbewegung ganz wichtig, denn damit hatte man eine sehr wichtige Stadt erobert, ein wichtiges Gebiet erobert und man schaffte es im Grunde auch Anerkennung zu erfahren, denn am 11.10.1922 kam es zu einem Waffenstillstand und zwar der Waffenstillstand von Mudanya und in der Folge sollten neue Friedensverhandlungen getroffen werden oder durchgeführt werden, in der nochmal beratschlagt oder ein Beschluss gefasst werden sollte, was denn jetzt nun zum Osmanischen Reich gehören sollte und was nicht. Denn wie gesagt, auch wenn hier die Befreiungsbewegung schon als türkische Befreiungsbewegung angesehen wird, nominell gab es ja noch das Osmanische Reich. Es kommt jetzt zu diesen genannten Friedensverhandlungen in Lausanne und zu dieser Friedensverhandlung werden beide Regierungen eingeladen. Das ist jetzt auf der einen Seite natürlich für das Parlament in Ankara schon mal gut, weil sie Anerkennung gefunden haben international und eingeladen werden, andererseits ist das schlecht, weil das Osmanische Reich jetzt von zwei Regierungen vertreten werden sollte und deswegen kommt es jetzt zum entscheidenden Schritt. Am 1. November 1922 beschließt das Parlament in Ankara die Abschaffung des Sultanats und damit eine Umwandlung in ein parlamentarisches Kalifat. Diese Abschaffung des Sultanats wird dann auch offiziell bestätigt am 4.11. durch das Parlament in Istanbul. Es kommt dann am 24. Juli 1923 zum Vertrag von Lausanne und dieser Vertrag ist jetzt für die Türkei ganz wichtig, denn sie erhält internationale Anerkennung. Durch diese internationale Anerkennung hat im Grunde die Befreiungsbewegung ihr Ziel erreicht und jetzt ging es darum, das Osmanische Reich endgültig zu beseitigen und umzuwandeln. Am 13. Oktober 1923 wird Ankara zur Hauptstadt erhoben und am 29. Oktober 1923 wird letztendlich die Republik Türkei ausgerufen. Das ist also jetzt das ganz offizielle Gründungsdatum der Türkei. Am 3. März 1924 endet dann auch noch das Kalifat, denn an diesem Tag wird unter anderem auch das Osmanische Herrscherhaus ausgewiesen, damit man auch die letzten Reste im Grunde der Osmanen beseitigt hat und erster Staatspräsident wird dann Mustafa Kemal selbst und Ministerpräsident wird Ismet Pasha. Beide sollten dann später auch noch Ehrennamen bekommen, bei Mustafa Kemal ist das Atatürk und bei Ismet Pasha ist das Inönü, also nach diesem Ort, an dem die zwei Schlachten im griechisch-türkischen Krieg stattgefunden haben, denn dort hat sich Ismet Pasha sehr stark ausgezeichnet. Damit sind wir eigentlich jetzt schon an einen Endpunkt angekommen. Allerdings will ich nochmal einen Ausblick geben auf das, was dann passiert, nämlich die Kemalistische Kulturreform, will aber an dieser Stelle noch was anderes sagen. Am Beispiel der Türkei kann man ganz gut sehen, dass der Erste Weltkrieg im Grunde nicht ganz 1918 endet. Ja, in der Literatur schon und im Grunde auch was die großen Kampfhandlungen auf der Welt angeht und betrifft, aber wir sehen am Beispiel der Türkei, dass mit dem Ende des Ersten Weltkrieges nicht die kriegerischen Auseinandersetzungen in der direkten Folge vom Ersten Weltkrieg beendet sind. Wenn man so will, endet erst mit dem Vertrag von Lausanne für die Türkei eigentlich der Erste Weltkrieg. Und wir sehen das zum Beispiel auch in Russland, danach gibt es ja noch einen Bürgerkrieg nach dem Ersten Weltkrieg, Das heißt, dieser Erste Weltkrieg führt durchaus noch zu weiteren Nachfolgekriegen, die durch diesen Ersten Weltkrieg hervorgerufen werden. Das ist an dieser Stelle mal wichtig hervorzuheben und zu betonen. Und jetzt noch zur Kemalistischen Kulturrevolution, denn die ist auch noch sehr wichtig für die heutige Türkei, denn zu dieser Zeit waren ein paar Dinge anders als heute. 1925 wird das Zivilgesetzbuch eingeführt in Anlehnung an die Schweiz. 1926 dann der Gregorianische Kalender, das ist schon mal ganz wichtig, das hervorzuheben. 1928 wird dann das Lateinische Alphabet eingeführt und der Islam als Staatsreligion abgeschafft. Und ein Jahr später wird der Religionsunterricht an den Schulen auch abgeschafft. Was diese Kemalistische Kulturrevolution erreichen wollte, ist letztendlich zum einen eine Orientierung an den Westen und zum anderen diente diese Kulturrevolution der Schaffung einer nationalen Identität. Denn vorher war das Gebiet, was Türkei war, ja ein Teil des Osmanischen Reiches. Und Mustafa Kemal Atatürk ging es vor allen Dingen darum, sich abzugrenzen von den Osmanen, diese Zeit als Vergangenheit anzusehen und eine nationale Identität zu schaffen. Und das konnte er seiner Meinung nach nur schaffen, indem er sich eben stark von diesem Osmanischen Reich unterschieden hat, dass er sich also von dieser Osmanischen Tradition löst und sozusagen etwas einführt, was das Türkische ist. Was jetzt also das Gemeinsame in der Türkei ist, um eine eigene Nationalität, ein eigenes Zusammengehörigkeitsgefühl zu kreieren. Und das war im Grunde das Ziel dieser Kemalistischen Kulturrevolution. Atatürk ist dann auch noch der bestimmende Mann bis zu seinem Tod am 10. November 1938 und ist auch noch heute in der Erinnerungskultur der Türkei noch eine der zentralen Personen.